Oh, wir haben eine neue Theorie zum Thema Regeneration gefunden. Ach, Regeneration haben wir eben, haben wir gerade erst gemacht. Und jetzt haben wir, oh man, Medizin haben wir jetzt drei. Ich warte noch, dass wir vielleicht bei Medizin mal vier kriegen. Äh, und ich sehe gerade, wir haben, wir könnten jetzt Arsenal erforschen. Oder bei Krankenstation, Intensivstation, äh, wir könnten hier auch andere Sachen erforschen. Logik-Trainer und so eine Scherze. Ähm, Laufbahn trainiert Kraft. Erkenntnis-Trainer ermöglicht tiefe persönliche Einsichten und fördert die Erkenntnisfähigkeit. Und Logik-Trainer verbessert Logik. Alles ganz spannend. Ähm, ich glaube, wir machen aber Arsenal. Mal erforschen. Und dann gucken wir, was wir brauchen, um hier Dinge zu bauen. Das wird alles wahrscheinlich sehr teuer werden. Und ich hoffe, dass wir mal eine Probe kriegen für Medizin. Dass wir noch ein Patent machen können. Ah, zwei Proben. Jawoll! Duddle Nation, Byte-Welt. Danke, danke, danke. Okay, Omega, ihr seid zurück und könnt richtig hochstufige Sachen erforschen. Ähm, düdel-düdel-dü. Hier ist ein Alien-Artefakt. Empfohlene Stufe 7. Jawoll. Verlinken. Neuer Einsatz. Ähm, aber da machen wir jetzt. Ähm. Omega. Omega werden wir ein bisschen umstellen müssen. Zahrazani hat Stufe 5. Byte-Welt. Ähm. Byte-Welt nehme ich da raus. Ich möchte gerne einen Soldaten, eine Soldatin in irgendeiner Form. Da reinknallen. Haben wir jemanden mit... Wir hätten Captain Flausch. Der ist aber in einem anderen Team drin. Dann nehme ich mal Geflügelschere. Geflügelschere. Geflügelschere kommt hier in Team Omega. Als Soldat. Mit Arzt dabei. Und dann machen wir ein neuer Einsatz. Oh. Shit. Ne, das geht so nicht. Seid ihr schon auf dem Weg? Einsatz von Team Abbrechen. Von... Wir brechen den Einsatz von Team Sigma ab. Wir nehmen Captain Flausch hier raus. Und schicken... Ähm... Geflügelschere. Mit den beiden Ingenieuren los. Wo bist du? Geflügelschere. Mit den beiden Ingenieuren los. Und in Omega kommt... Ähm... Captain Flausch rein. Und dann machen wir... Hier hinten... Neuer Einsatz für... Sigma. Los geht's. Und hier hinten... Neuer Einsatz für... Omega. Ein Artefakt bergen. Und hoffentlich klappt das. Weil dann kriegen wir einfach mal 50.000. Oh. Höh. Ja. Geflügelschere. Du darfst mit. Und wir haben eine Probe. Hoffentlich ist das für Medizin. Dann können wir ein neues Patent schreiben. Dann geht's auch langsam besser mit dem, was wir... Äh... Oh. Wir haben kein freies Depot. Wir müssen mal Material verkaufen. Oh. Das lohnt sich. 20.000. Jawoll. Wie, Gator haben nix zu essen. Ah. Ich brauch noch einen Bauroboter. Das Essen wird einfach nicht ausgeliefert. So. Nächste Gruppe geht durchs Exogate. Sehr gut. Krankenstation ist wieder relativ leer. Das freut mich auch. Ähm. Wir haben Neu-Technologie-Patient-Regeneration. Oh Mann. Ja, okay. Und wir haben noch eine Probe. Die wird jetzt analysiert. Das bitte Medizin. Komm schon. Medizin. Ist mir auch egal, wenn es nur kommen ist. So. Hier gibt's wieder Essen. Die Baubots bringen Essen zu den... Hier sind aber auch sehr viele Leute sehr, sehr hungrig. So wie's aussieht. So. Theorie ankommen zum Thema Regeneration. Okay. Jetzt haben wir zweimal was für Regeneration bekommen. Das ist gut. Und jetzt haben wir, glaube ich, gleich wieder einen Angriff auf uns. Weil Maximilian Fuhrmann nimmt hier schon seine Position als Wache ein. Äh. Und Captain Flausch geht mit den anderen zum Einsatz. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal bei X-Delta ans Telefon. Team X-Delta hier. Derzeitige Erkundung. Tundra. Status. Uns geht's gut. Problem. Der Boden ist mit einer Ascheschicht nicht vulkanischen Ursprungs bedeckt. Unter der Asche befinden sich Kakteen, die spontan in Flammen aufgehen. Äh. Spontan. Flammen. Wirklich. Feuer in einer Tundra. Ich verlange eine Erklärung. Ja, ich verlange eine Erklärung. Keine Sorge, XO. Die Pflanzen fangen von allein Feuer, brennen dann eine Zeit lang und zerfallen zur Asche. Wie lauten deine Anweisungen? Ne, frage ich doch mal euch. Vote 1. Beginnt eine Analyse. Das ist speziell für Forscher. Reaktionsvermögen, Wissen und Logik. 64% Chance. Vote 2. Mit Feuer ist nicht zu sparsen. Löscht die Flammen. Da braucht man Kraft für. Nur 25% Chance. Und Vote 3. Haltet euch nicht auf, aber beobachtet weiter. Reaktionsvermögen. 55% Chance. Beginnt eine Analyse. Dafür wäre ich auch. Dafür ganz knapp die meisten Votes. Und Happy Number hat den Test bestanden. Sehr gut. Verstanden. Oh, Moment. Hm, seltsam. Plötzlich schießen Flammen aus noch mehr Kakteen. Ob das an unserer Anwesenheit liegt. Bleibt weg. Das könnte eine Verteidigungsreaktion dieser Pflanze sein. Oder faszinierend geht näher ran. Ich will antworten. Was sagt ihr, liebe Leute? Vote 1. Bleibt weg. Das könnte eine Verteidigungsreaktion der Pflanze sein. Oder Vote 2. Faszinierend geht näher ran. Ich will antworten. Frau Höhne ist als Soldatin dabei. Happy Number als Forscher. Und R. McCuni, der Soziologe, muss hier Erfahrungen sammeln. Hoffentlich. Damit er Level 2 ist. Weil dann kann er die Alien-Informationen auswerten in der Bibliothek. Die anderen Soziologen haben wir noch gar nicht eingesetzt. Und wir haben drei angeheuert. Mein Gott. Wir haben gar nicht so viele Alien-Planeten. Ich hoffe nicht, dass da einer drauf geht. Ich bin jetzt fast geneigt zu sagen, faszinierend geht näher ran. Ich will antworten. Ich mach das jetzt. Für die Wissenschaft. Verstanden. Was zum... Was ist los? Ein riesiger Kaktus unter der Asche ist auf einmal explodiert. Wir waren zu dicht dran. Aber uns ist nichts Dramatisches passiert. Oh, Moment. Was ist jetzt passiert? Ach, das waren nur die Ergebnisse von den Analysen-Exo. Ich hab sie jetzt vorliegen. Erzählt mir davon. Das fleischige Innere der Kakteen steckt voller ätherischer Öle. Das Öl wird von den Pflanzen offenbar über Drüsen ausgeschieden. Ein Funke entzündet es. Der Kaktus brennt. Hallo. Hallo. Ja. Na klar. Setzen. Wenn da Platz ist. Er kommt klar. Ich mach mal gerade die... Schnubbi-Kämmern. Da ist er. Ich mach mal gerade groß. Er muss jetzt gerade mal buddeln. Ich glaube, sie waren gerade Gassi. Ach ja. Wie niedlich. So, wir haben suizidgefährdete Sukkulenten. Welchem Zweck soll das dienen? Ja, welchem Zweck soll das dienen? Ich glaube, die Kakteen pflanzen sich auf diese Weise fort. In der fruchtbaren Asche wachsen ihre Samen besonders gut. Nehmt eine Probe mit. Vielleicht können wir solche Kakteen auf der Basis züchten. Das finde ich gar nicht schlecht. Sind das quasi Phönix-Pflanzen? Die Kakteen verwandeln sich selbst zu Futter für ihre Nachkommen. Ja, ich möchte eine Probe. Schon erledigt. Ich habe ein Gefäß. Eine Probe von der Asche genommen. Setzt euren Einsatz fort. Aber dass mir niemand spontan den Flammen aufgeht. Was nun? Ah, wir haben keinen Arzt dabei. Aber dann Erkundung fortsetzen. Sehr schön. So, und hier ist der Hund an einer Stelle, wo er nicht im Weg ist. Aber ich glaube, er hat jetzt genug gebuddelt und bleibt jetzt sitzen. Mal gucken. Vielleicht mache ich die Schnubbi-Kam auch gleich. Oh, und da kommen Angreifer. Oh nein. Unser Away-Team mit Captain Flausch wollte gerade losziehen. Und jetzt kommen Angreifer. Naja, aber Captain Flausch wird sie jetzt hoffentlich bewaffnen. Und es sind jetzt... Waren das vier oder fünf? Wir sind hier... Captain Flausch und Maximilian Fuhrmann. Halten hier Wache. Einer wird aufgehalten. Zwei werden aufgehalten. Da sind schon zwei unterwegs. die in verschiedene Richtungen gehen. Okay, da oben haben wir welche besiegt. Oh oh. Unsere beiden Soldaten gehen hier rum und wir haben zwei in den... Oh Mann. Okay, wir sind da, ohne dass wir einen Generator verloren haben. Da haben wir jetzt einen verloren. Wir werden wahrscheinlich noch einen zweiten verlieren, bis die Soldaten da sind. Und wir sind nur minus tausend... Minus knapp siebentausend in den Miesen. Okay. Oh, Medizin hat einen Boost. Wir sind mit unseren Patenten gut dabei. Wenn wir nicht andauernd hier... Wenn wir nicht andauernd hier... Okay, wir haben jetzt zwei verloren. Ich baue sie sofort wieder auf. Und da haben wir... Okay. Wie viel haben wir abgekriegt? Ich hoffe nicht sonderlich viel. Ja, wir müssen auf die Krankenstation. Und unsere Missionen müssen jetzt ein Stück weit warten, schätze ich. Ach, und Delta kommt komplett zurück. Komplett verletzt. Aber wir haben immerhin eine Probe. Ey, Arme Kuni ist... Level 2. Sehr gut. So, Material verkaufen. Ja, möchte ich verkaufen. So, und jetzt gucken wir mal... Ach, Captain Flausch ist verletzt. Ah, okay. Nur ein paar... Einsatz ist beauftragt. Das heißt, das wird... Ach, nee. Ja, Captain Flausch ist verletzt. Aber das wird ja passieren. Die hier, da ist... Die sind im Einsatz. Und die hier sind gerade wiedergekommen. Äh, dann leeren wir mal Delta. Und statten das mal neu aus. Ähm... Mit... Soziologen, die gelevelt werden müssen. Nein, nicht alle tot. Nicht alle tot. Sind alle nur verletzt. Bailey hat sich... Mein Hund hat sich abgelegt. So... Byte, Byte Welt ist Level 6. Der wird jetzt mal... Dieses neue, zusammengesetzte Team anführen. Oh, Kaatiara ist fast Level 7. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann... Soldaten sind alle verletzt. Bis auf The Real Panzer. Na gut. Dann setzen wir da The Real Panzer rein. Und... Ähm... Soziologen. Antonio Riberio ist auf dem Weg zu Level 2. Dann machen wir doch mal daraus ein Team. Und gucken mal, wo wir Delta hinschicken. Da wird sich doch etwas finden lassen. Hier war doch auch Level 3. Hier oben haben wir... Ach, das ist auch eine Sackgasse. Na toll. Dann machen wir hier... So. Und machen hier Link trennen. Und starten. Und dann leveln wir den nächsten Soziologen auf. Auf diesem Level 3 Planeten. Dann schicken wir mal... Leute durch das Exo-Gate. Wieder. Und das andere... Soll dann... Oh, Dardyl Nation hat eine Probe. Ach ja, richtig. Die sind ja alle verletzt gewesen. Aber eine Probe haben wir wenigstens. Oh. Kia Tiara ist zu müde für einen Einsatz. Äh... Okay. Sigma kehrt zurück mit einer Erzprobe. Großartig. Das heißt... Hier hinten... Haben wir eine Erzprobe, die erst noch erforscht werden muss. Und hier hinten haben wir... Hier haben wir einmal... Einen Level 7 Planeten. Und hier haben wir... Ach. Ja, genau. Den haben wir beauftragt. Da haben wir ein Artefakt. Nur da ist Captain Flausch verletzt worden. Da haben wir einen Level 7 Planeten. Ähm... Da können wir jetzt nicht groß was machen. Das einzige, was wir machen können, ist hier... Team zuweisen. Sigma... Sieben Tage bestätigen. Holt da mal... Bitte Erze raus, wenn ihr wieder könnt. Also hier... Die sind zu hungrig für den Einsatz. Das heißt, ihr müsst erstmal Pause machen. Das ist alles gut. Und hier... Da haben wir den Datensatz ausgewählt. Und da sollte dann... Achso. Der wird wahrscheinlich auf der Krankenstation liegen, ne? Äh... Ja, genau. Ray McCuni liegt auf der Krankenstation. Äh... Oh, ne. Ähm... Das wollt ihr nicht. Entschuldigung. Jetzt hab ich ihn aufgescheucht. Das wollte ich nicht. Das tut mir total leid. Aber du kannst mal die Alien-Sachen, die wir da herausgefunden haben. Oh, und wir haben einen... Wir haben schon wieder was für Regeneration. Neues Patent. Regeneration. Vier Stück wieder. Hä? Okay. Dann würde ich mal sagen... Schreiben wir hier nochmal ein Patent. ...beginnen. Wir kommen langsam in die Ecke, dass wir... ...Geld machen mit unseren Patenten. Das ist ja faszinierend. So, und Captain Flausch. Wie geht es Captain Flausch? Ähm... Captain Flausch. Ah, es tut mir in der Seele weh, das zu tun, aber... ...einmal aus dem Bett raus und jetzt bitte Auftrag ausführen. Captain Flausch hat ein bisschen weniger Hitpoints, aber... ...ich möchte dieses Alien-Artefakt haben. Jetzt bitte alle einmal, die da mitlaufen. Genau. Duddle Nation und... ...Äh... ...Zarai Zani war das, glaube ich. Bitte einmal... ...ja, Captain Flausch ist ein bisschen... ...Zarai Zani, Captain Flausch und Duddle Nation. Ihr nehmt euch diesen Level-7-Planeten vor. Ähm... ...wo ist Zarai Zani? Ich hoffe auf den Weg. So. Delta. Ähm... XO. Das ganze Team ist krank. Wir wissen auch nicht, was los ist. Irx. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Äh... Okay. Ruht euch aus. Keine Eile. Oder zieht weiter. Ihr dürft keine Pause machen. Hm. Futtermangel. Oh. Bytewelt. Wir hatten wieder Futtermangel. Okay. Hey. Da muss ich mich gleich drum kümmern. Danke. Für die Info. So. Zieht weiter. Ihr dürft keine Pause machen. Das tut mir leid. Ja. Wir... Börg. Hoffentlich kein Virus. Äh... Genau. Hier... Ähm... Wir haben nicht genug Bots, um hier... ...Essen auszuliefern, fürchte ich. Oder wir müssen mal... Ähm... Wir müssen mal hier einen weiteren Automaten hinzufügen. Ich glaube, das müssen wir mal machen. Kantine. Dann machen wir da mal eine Kantine hin. Und dann setzen wir da noch einen Automaten hin. Exo, wir sind weitermarschiert. Genau wie du gesagt hast. Aber die Übelkeit wurde immer schlimmer. Dann haben wir gemerkt, dass alles rings um uns wörtlich zitterte und bebte. Da fiel es uns wie Schuppen von den Augen. Ich höre. Schuld sind tektonische Platten. Sie bewegen sich... Sie bewegen sich auf diesen Platten richtig schnell. So schnell, dass... Irks. Wir gewissermaßen seekrank werden. Unser Innenohr spielt verrückt. Börg. Was für eine interessante Entdeckung. Bleibt dort und untersucht das Phänomen. Auf dem ganzen Planeten. Dann bleibt ihr dort. Keine Sekunden länger. Kommt zurück. Nein. Was für eine interessante Entdeckung. Bleibt dort und untersucht das Phänomen. Okay. Und was sollen wir machen? Analysiert sämtliche Mineralien, die ihr finden könnt. Bohrt das Erdreich an und nehmt dort Messungen vor. Okay. Wir haben keinen Ingenieur dabei. Dann würde ich doch mal fragen... Äh... Ich frage euch. Analysiert sämtliche Mineralien, die ihr finden könnt. Oder bohrt das Erdreich an und nehmt dort Messungen vor. Vote 1. Ausrufungszeichen Vote 1 für analysiert sämtliche Mineralien, die ihr finden könnt. Ausrufungszeichen Vote 2, bohrt das Erdreich an und nehmt dort Messungen vor. Ich bin auch nicht sicher. Aber ich glaube, analysiert sämtliche Mineralien, die ihr finden könnt. Ist, ähm... Weil es speziell was für Forscher ist. Da bin ich eigentlich auch mit bei euch dabei. Und, äh... Das war's. Dann nehmen wir das doch mal. Okay. Ist erledigt. Ich glaube, mehr können wir hier nicht tun. Wir gehen jetzt. Wir haben alles, was wir brauchen. Gute Arbeit, Team. Bald seid ihr zurück auf Terra Firma. Was sollen wir als nächstes tun? Oh Gott. Erkundung fortsetzen. So. Da gehen... Zarazani ist auch unterwegs. Und jetzt gehen hier die... Drei Helden zu dem Alien-Artefakt. Und ich hoffe... Oh... Ich hoffe so sehr, dass wir das Alien-Artefakt bergen können, um hier die 50.000 einzuheimsen. So. Jetzt geht's los. Hervorragend. Hervorragend. Erkundung. Oh. Erkundung. Hier. Vielen Dank.